Was ich der Pflege für 2023 gerne mitgeben möchte, dass sie endlich selbst für sich Klarheit kriegt und aussteht und Verantwortung für sich selbst beginnen zu nehmen und mutig wird, die Dinge zu tun, die notwendig sind und nicht immer darauf wartet, dass irgendjemand ihnen hilft, sei es ein Gesetzgeber, ein Kollege, eine andere Berufsgruppe oder sonst was, dann wirklich aufzustehen, die Selbstverantwortung gegen sich selbst zu übernehmen und zwar jeder Einzelne für sich selber und diese ganze Berufsgruppe für sie. Es hilft ihnen, sonst zu begrünen.